und willkommen mein name ist an die europäische mario master bewiesen euch zurück zu let's play joshis wohl alles nachgeholt in den spezialleveln und hier ist das letzte level aufgetreten aber dann kann man wir uns später erst heute machen wir das machen wir heute dass wir jeden abend machen den boss pavillon ja genau oder das wird der mann wir müssen gegen boss kämpfen ja die brusten die du besiegt hast wollen aber vorsichtigen jetzt viel stärker besiege ein bus in nächstes mal zu schalten ok bereits ja und die der große hier wo ich nehme an da müssen wir auch schaffen obwohl wir keine ärzte müssen eigentlich hier nur die wollen minus kann sich in einem wandel also gut hat wird jetzt herausfinden dass ich gerade richtig daran dass der gegner hier so schnell ist kann sein guck dir an wie schnell der ist da haben die erste wolle und da müssen wir uns jetzt sehr oft angucken glaube ich weil es hat der letzte vorletzte part ungefähr ja und wir jetzt hätten wir erst heraus dass wir minus uns in eier verwandeln können ok zweite runde muss die lego also müssen wir ja locker die wolle hier kriegen ja weil wir haben ja ich muss eigentlich nur die besiegen wir müssen die nur besiegt kriegen wenn du wolle dafür außer wir tun und die herzen von vorherigen boss mir ja mein name aua jetzt sehen wir dem die hosen aus au au nein und das nackt ja das soll jetzt weiter muss arbeiten jetzt die ersten von diesem most war weiß es nicht weil da können wir auch manipulieren ja wir sind mal nicht wir sind saboteure knot bär als paula kuper und 1 wir haben die doch schon mal erledigt man ja wir haben die sogar schon dreimal erledigt ja ich weiß aber noch mehrmals ja was gemacht hat richtig ich glaube schon mal wieder helft ja wir haben kommen wieder voll herzen das ist nicht schnell okay dann macht die wasser war auf kämpfe schneller das würde sich mal ein bisschen entspannen würde ja schon wieder eine braune wolle dann braune wolle bisher bekommen wir haben wir wollen diese meme ist noch relevant wussten wusste der hot dog ich sollte auch wenn daran zu denken sonst muss ich ans essen denken noch mal ja irgendwann abwerfen wir müssen wir abwerfen wenn sie so wenn ich helfe wir haben konnten wir am anfang aufwählen und versteckt anstecken nein er tut mich in meiner einfache hat sich nicht getroffen werden ich kann wieder kommen nein du ein er sperrt mich immer in dieser ecke und das das wusste du doch doch da hast du wegen wir ja da die 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 nein ich bin fand ich ja wir haben es geschafft jetzt haben wir es nur braune wolle bekommen ja weit wir sind einfach die besten gewonnen die von den bronze joshi wurde wieder zusammen gehäkelt dann würde ich sagen machen wir weiter kann man ja auch denke ich mal aber bin mir nicht sicher ich möchte es nicht riskieren wenn ich was so aus der große runde zwei sehen was passiert wenn man verlieren oder so ja ich war nur silber und gold oder grün so muss das gehen als rache das schwarz das ist ein sehr dunkler silberton wer kommt jetzt müsste mutter gluck und der der bost nacht wird ist allerdings das ist ja nach dem parker kommt das ist das gilt mit dem moon ab schilmer weil er nicht ein zu kontakt schicken ja ich meine ich kann doch nicht gegessen würde ich aber gern kann sich der vogel mal entspannen wir lachen sie wenn wir sie nicht zu kämpfen laden das mache ich hier muss ich sagen das macht spaß aber es ist echt herausfordernd wir stellen mal die donkey kong was er vor höhere geschwindigkeit noch alle würden von abbrechen und zwei glaube ich auch ein bisschen happig ja aber war die zweite runde noch mal ich weiß dass er ist okay es ist der andere das ist der aus der runde naja tut doch weh er war jetzt nicht so schwer ich bin schrecklich knackig 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 kross ja das kaputt gemacht waren das ist das unter mein überlebe überlebe dort hat mich ganz getürt das ist so cringy ich finde nicht gut ich habe nicht ich eine gänsehaut von ja oh gott die macht sich schön da kommen wir in der machen jetzt hat fleisch aus der ja das nehmen wir machen mit spinat die spinat ist lecker das ist der wenige müde ich esse was 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 ich habe gelandet warum ich komme was war ich habe es geschafft zweitrunde abgeschlossen aber wir kommen jetzt in silber denn joshi die 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 wäsche sache gewonnen wäsche sache gewonnen gewonnen wäsche die 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 runde 3 aber es ist einfach ja auch wenn die ein bisschen auf speed sind ja was haben die bedrohung genommen so viel wolle geschluckt land der mutter russland genau hat ich gegen die dicken gedrückt dieser besser so so hallo gut schädel aber nur ein herz kombo kombo das war ein overdrive kill also ich fand das war echt ein guter overdrive kill ja jetzt kommt der parker jetzt kommt erst der fünfte eisberg wird kommt jetzt erst dann kommt noch mal da machen wir mal alter jetzt zu nutzen wird mich jetzt erreichen hat kann unbesiegbar so tot ja nein gemacht auch nicht ja da macht ja voll schuldig nein Nein! Ja, besser! Hey! Nein! Er ist an einen Krieger, denke ich. Der Kämpfer hat hier nicht vor, wo Mutter Russland ist. Wir stehen hier. Aho, dieser Pisser. Ah, äh, äh, bleibstehen da. Nein, wer hat mich? So. Ja, ich habe den Boden. Soll ich noch mal. Ich war zögernd. Ich habe mich zum Werfen. Ich hätte einen schönen auf sich draufwerfen. Nein, nein. Nein, wir sind schon wieder tot. Ich hasse dann, wie sie auf Speed sind. Nein! Oh nein! Was? Fertig. Oh. Oh. Oh, die Eried. Wie hier geht das? Die mal sind die Nanjoo? Ah. Ach. Imesen aus dem Leben würde ich nicht unter anderem einié wspiel etwas. weil man viel energie als nutzer so leider komme ich ja der trippi blöder ja nein wir wollen ja getroffen er hat überall eis hier ja das hat mich immer aus menschliche schutzschild immer schon mal ein eigenes leben geschützt da war koordiniert ja man spielt von diesem spiel anziehen ja er hat schon wieder gemacht dieser einfach alles auf die habe ich gerade getan ja wir haben gesehen beide einfach nur so geworfen aber das ist doch meine wolle meine schuhe einfach alles auf dem gewohnen wird aber wesens muss man nicht von anfang an irgendwie so einfach den boss machen okay ja noch zwei übrig so knotwerte parkourin mit drei ich meine es nicht so schwer jetzt wieder gewesen oder also warum ist der so arsch noch schnell müssen wir machen so genau so ich glaube die letzte phase in einem geschwäger ja ich habe noch ein paar jahren was machst du da das ist klar weiter geht's Oh So schnell Nein Ja Ah Oh 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 Was das habe ich echt gut gemacht der letzte moment mal ich glaube wir müssen dann auch gegen gegen seine zweite phase kämpfen natürlich das ist eine höhere geschwindigkeit der hat mich ausgelacht ja die phase ist ein klacks ja ja sich ja 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 geben uns auch keine möglichkeit zum ausrufen naja war das schaffen wir noch weil die fahrt ist ja nicht mehr irgendwie nicht und bei dem kurs von verrechnungen haben wir zu in einer nein ich bin schon von der anfangen wir in der ersten pause wieder an ja scheiß lager vorgang ich habe doch nicht allein lassen mit einem herzen weg weißt du was da passiert oh man ist nicht putzig ne ist er nicht putzig und will ich am liebsten mit nach ausnehmen darf ich ja ja ich lebe jetzt auf dem mond ich lebe jetzt auf dem mond umziehen der spielte gegen kamer zieht auch mit gegen die spielte gegen ja jeder wie viel zu viel ab und kann der jungen mal stillhalten eigentlich ich wollte denn eigentlich schlucken das ist die idee ja 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 also wollen wir haben eine zweite phase ohne miss zu machen ok ja 31 minuten noch mal los Nein, das darf doch nicht wahr sein. Okay, reißen wir uns zusammen, da geht's schon irgendwie. Mein Gott, desto schnell! Das ist zu schnell für mich. Du bist ja meine Reaktion so irgendwie ein überfahrenes Eichhörnchen. Wollte ich nicht töten. Ah, hier. Ja, ich denke mal nicht. Nein, ich springe mal auf die. Was? 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 Ich dachte, ich habe einen Mund. Nein! War noch weg! Ich dachte, er wird nicht so schwer. Oh Gott. Ich war da gut geglitscht für einen Moment. Ich habe gerade nicht bekommen was. Nein, habe ich nicht. Ich bin viel selber beschäftigt aufzupassen. Nein! Mein Gott, leg dich ab Baby Bowser! Es ist nur ein Spiel. Ja! Ne? Später jetzt werden wir gewinnen wollen. ja lass mich frei ich nehme mich mit nein lass mich bei der weg ist gefährlich ich muss mich beschützen jetzt den wirst du geh mal gefährlich weiter zu gehen ja passiert manchmal muss er jetzt beschaffen sein jetzt habe ich nicht mehr falsch 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 fangen an zu glauben dass die bau sagt doch nicht so einfach bis zu geht ja okay in seiner ersten phase kommen wir relativ gut voran nur die zweite phase aber nicht eingequetscht werden kann wolle ja jetzt schaffen will hat auch nicht weg nein Die wollen ja nicht verbrennen, wenn der ab dem Feuer spricht, ey. Ja. Dann freue ich mich das jetzt erst. Da schießt er ja auf die Feuerballe. Überhaupt hast du das. Nein! Bleib drin, jetzt schieß! Wo bin ich denn? Warum bin ich da? Ich komme... Nein, da war gerade mal so. Wenn du die erste? Ah! Ah! Nein! Oh! Boah, ich krieg die Dinger nicht. Äh, was geht ihr denn? Das ist unsere Chance! Wir müssen die Pfeile nutzen, damit wir auf die andere... Nein! Ah! Nein. Doe ich halt, du 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 ich... Wo bin ich denn? Du bist da hinten? Doch... Äh, nein! noch ein herz und wir haben es geschafft und ich habe auch noch ein ich habe jetzt auch getroffen dem pacht diesen mit ihm ja wir haben es geschafft ja den boss pavillon abgeschlossen halte gold joshi wurde wieder zusammen gehäkelt mal sehen wie die aussehen ja wir gucken sie uns mal eben an bevor wir den park beenden wie lange ist er geworden das ist ein langer paar da sind sie da sind sie bronze silber gold geil heiße sache dann würde ich sagen wir hätten wir den partner im letzten part kommt das auch das letzte level hier ja und stern es und dann sagen wir bis dann und schau da 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 Untertitelung des ZDF, 2020